Fast 31 Jahre nach dem Mord an der 13-jährigen Sabine soll der Fall endlich abgeschlossen werden. Angeklagt ist ein heute 47-Jähriger. Er soll das Mädchen in Wiesenfeld missbraucht und getötet haben. Anschließend laut Anklage hat der damals 17-Jährige die Leiche in einer Güllegrube entsorgt. Durch neueste kriminaltechnische Untersuchungen wurden DNA-Spuren von ihm am Slip des toten Mädchens nachgewiesen. Die Interpretation der Staatsfreundschaft ist die, dass derjenige, der die Spur gesetzt hat, auch in der Tötung mitgewirkt hat. Und diese Schlussfolgerung ist keinesfalls zwingend. 2021. Ermittler rekonstruieren die Tat. Unter anderem soll Sabine um Hilfe gerufen haben. Mit Sonargeräten stellen sie den Ruf nach, den eine Zeugin weit entfernt gehört haben will. Sie prüfen auch, ob der Angeklagte die Leiche allein hätte in die Grube werfen können. Eine Tatrekonstruktion ist aus meiner Sicht nicht möglich, was eine Täterzuschreibung anlangt. Denn man muss davon ausgehen, dass ein Täter allein den Leichnam nicht so hat entsorgen können. Etliche Zeugen und ein früherer Tatverdächtiger sind mittlerweile tot. Es wird ein Indizienprozess. Ich denke fast, dass die Familie zwischenzeitlich schon mal abgeschlossen hatte mit der Sache. Die Situation damals, direkt nach dem Mord, war natürlich katastrophal, ganz klar. Aber ich denke, zwischenzeitlich kann ich mir schon vorstellen, hat die Familie abgeschlossen gehabt. Und erst durch das neue Verfahren ist das alles wieder aufgewühlt worden. Das Urteil soll nächstes Jahr im Sommer fallen. Das Urteil soll nächstes Jahr im Sommer sein.